Ja, hallo Leute würde ich sagen, wir haben einen etwas lädenden Fahrstuhlgang vor uns, das könnte noch ein bisschen dauern. Also, warum nicht? Wir können ja mal über so ein paar Ankündigungen sprechen, was so noch vor Halloween alles kommen wird. Ich spiel mal an um was zu sagen, also so 5 Wochen vor Halloween kommt dann oder, wie viele Halloween Specials hatten wir? Ähh, äh ähh, 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 äh, Nej... Team Fortress Halloween Maps gab's 6, 5? 5, 6, keine Ahnung. Ich schiel euch an. Ok Meu чем diese Sonne-Fisch어주 arenismos oder eher Dellier oder IN returner. Einfach sich daran 3-Mechaner oderscenes kurz vorbei. Ich schiel euch annoying es an. Äh, ich dachte, wir machen so den ganzen Oktober einen Halloween-Kram. Ich verliere fast von dir runter. Sorry. Okay, wir sehen den Buben komplett. Also ich dachte, ich mache noch ein Dungeon-Defenders-Video. Ein Terraria-Video auf jeden Fall mache ich. Äh, vielleicht mache ich ein bisschen was mit Slender oder so. Ein paar Creepypastas. Five Nights at Fridays. Beide ich, der Wohne ist gleich da. Amnesia. Dann diese PCB-Projekte oder wie das heißt. Und ansonsten hier halt... TF2-Halloween-Kram nach. Genau, und runterfallen, bis wir fast sterben. Okay, ich würde sagen, bevor wir den Boden erreicht haben... Danke, Leute, wir betreten jetzt in die Hölle. Nein! Äh, ich habe ein bisschen lange für meine Ansage... Digga, das ruht ne ganze Leute hier. Alter! Was ist da los? Halloween-Party at Midnight. We've got a Halloween party, Amanda. All the creepy people are waiting for you. The tires are crying, the shells are flying. Our planet is touch, but it won't.